Hallo zusammen, hier ist zusammen zocken und es geht wieder weiter mit Fallout 4, genau Fallout 4 und genau wie in der letzten Folge aufgehört bin ich wieder in Red Rocket Station und ich habe in der letzten Folge hier ein bisschen aufgeräumt war auch zum mehr oder weniger eins der größten Bestandteile der letzten Folge nicht nur hier bei Red Rocket sondern auch woanders ja und jetzt könnte es soweit sein dass ich mich hier zu der USAF Satellitenstation bewege oder ja ich glaube da gehen wir jetzt sind nebenbei werde ich hier dieses Dickicht Ausgrabung mal besuchen oder aufsuchen ähm so das müsste ja die eigentlich müsste das doch so in diese Richtung oder Moment Orientierung da so oder? warte mal nee falsch ach man ja die Steuerung ist noch nicht noch nicht so ganz meins also es müsste so in diese Richtung ja ich müsste in diese Richtung laufen ich verstehe nicht warum das hier auf diesem Radar unten nicht angezeigt wird aber wir werden es schon finden wenn ich da so weiter laufe müsste es eigentlich klappen so ein ein Blick ah ja da ist so eine doppelköpfige Kuh auch sehr schön oh was hat das so also ach da ist bestimmt wieder was zu finden schön Funktionszelle ich glaube das brauchen wir ähm damit wir unsere unsere Power Rüstung ähm benutzen können ach komm so nein ich ach diese Steuerung habe ich noch nicht ganz auswendig gelernt so mein Hund hat irgendwie Angst wovor was ist das achso das ja ach so darin darüber wilde Mutterbeere Mutterbeere was auch immer oh kurz zeigst nehmen wir nehmen wir nehmen wir oh hier können wir nicht rein also wir können nicht in jedes Haus rein das ist dann verrammelt was ok aber stylische Autos so äh ja wo ist denn das ach da doch jetzt sieht man etwas auf der Karte ganz schwach ach da ist diese Satellitenanlage Satellitending ach da auch wie das so langsam auch aufgeploppt ist ich kann mich gar nicht erinnern dass ich das schon mal gesehen habe ähm mhm mhm ok wenn das so ein großes Gebiet ist bin ich mir jetzt oh die Musik wechselt nicht sicher dass ich das jetzt erkundigen möchte erkunden möchte ähm da kommt man bestimmt noch mal hin und auch irgendwann anders hin äh wir haben ja eine Aufgabe und zwar zu dieser Satellitenschlüssel da möchte ich dann auch jetzt hin so genau wo ist denn mein Hund da kommt er da kommt er Schlamm Bohne was auch immer was auch immer oh da wird geschossen da wird geschossen da wird geschossen da sind Hunde Moment hier ist ein Hubschrauber oder was abgestürzt könnte interessant werden könnte interessant werden was ist hier passiert ach guck mal Powerrüstung Powerrüstung Hä Hä was ist los nein wieso hast du die angegriffen war das nötig war das denn nötig so diese Powerrüstung es ist ja nur ich will dir nichts tun ich will dir nichts tun also es ist ja nur so dass wir diese Powerrüstung benutzen können solange wir diese Powerzelle haben und ich weiß jetzt nicht wie viel Eingabe ich prüfe die mal ich gucke die mal zieh mir die mal an gehe die mal rein so und was keine Energie halte zum verlassen x ok wo sehe ich denn dass sie null Energie hat ist das diese zweite rechts da ist glaube ich auf null Core ich meine ich habe eine Infusions Dings gefunden aber dann merke ich mir das mal hier wo sind wir achter Powerrüstung ah cool das wird dann schon angezeigt gut gut wo wollte ich denn wo ist denn mein Ziel wo ist denn mein Ziel habe ich mein Ziel verloren wo sind wir da ach da ich habe keine Ahnung wofür diese Blumen hier gut sind aber für irgendwas werden die schon bestimmt gebraucht verstrahlte distel so was haben wir denn hier so wie hieß denn der mein Auftrag Töte die Rider Inconvergence was ne hier hol ist aus der USA ach so und Töte die Rider Inconvergence Fertigungsanlage ach man wo die wäre da unten gewesen ne dann kümmern wir uns doch erstmal hier rum weiß nicht worum es hier genau geht also ist ich glaube Rider Rider da ist ein Loch im Zaun ich möchte mir erstmal einen Überblick verschaffen wo ist er denn versteckt scheiße was war das ach shit wo denn ich habe noch keinen von denen gesehen wurde schon getroffen oh shit da nein warte 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 oh verdammt ich bin ein verdammt schlechter Schütze Vorsicht geht das auch irgendwann wieder weg also in skyrim war das so wenn man sich kurze zeit versteckt wissen mein hund jetzt jetzt bin ich wieder versteckt jetzt kann ich mich versuchen da noch mal ranzupirschen ohne gesehen zu werden gucken ob es diesmal besser klappt natürlich da der oben der typ da oben darf mich nicht sehen aber wo ist er denn ich sehe den ja da da ist er ne den treffe ich nicht so wo ist er wo ist er denn da verdammt verdammt da bist du tot Was ist der Scheiße? Komm raus und kämpf! Nein. Was ist der Scheiße? Vielleicht sollte ich mich tatsächlich anschleichen. Aber wieso sehe ich den Typ nicht, der hier unten ist? Der da oben? Ich sehe beide nicht. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob ich das Richtige hier tue. Oh, der ist gleich da oben rum. Ich versuche die Deckung des Baumes. Wo ist er denn? Das wird sicher lustig! Ich bin versteckt! Ich bin versteckt! Es kann sein, dass die auf meinen Hund schießen. Wen schießt er denn? Ach, Dogmeat. Ah, der schießt auf dich! Psst! Äh... Handel! Abbrechen! Bleiben! Was ist das denn? Achso! Hä? Auf wen schießt er denn? Ach... Da! Nee! Das trifft nicht! Das trifft nicht! Das trifft nicht! Ah, warte mal! Ich glaube der... Jahrgang! Au... So, Stürmen! Wo kann man denn hier rein? Da! Komm! So! Ach... Von hinten... Gefahr! Tiefe! Tick! Tick! vorsicht vielleicht vergisst er mich ja sadist nichts mehr zu sehen von ihm scheiße was war das der ist ganz hinter näher sie ist ein geist Ah. Yes. So, waren da noch mehr? Ich hätte doch einen Hund hier gesehen. So, dogmeat, karmmeat. Da ist der Typ. Und eine andere Leiche. Basketballhandschuhe oder Baseball. Löscher, Dose. Nehmen wir natürlich alles mit. Hundefutter. Ich hänge fest. Ähm. Ja, wir brauchen diesen Medaillon. Ach ja, unten gab es ja auch noch was. Was ist das? Ne, das ist eine Puppe. Wofür haben die eine Puppe hier gebraucht? Gut. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Aber ich habe doch vorhin einen Hund gesehen. Hm. Hier scheint keiner mehr zu sein. Da war der Typ ja alleine. Da ist ja auch noch eine Hütte. Ja. Da ist ein Hund. Der ist tot. Gut. So, dann möchte ich jetzt darüber springen. Ja. Okay. So, dann gehen wir mal da rein. Okay. 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 Gucke ich gleich nochmal richtig. Okay. Da geht es noch weiter rein. Was kann ich denn hier verbessern? Dann habe ich ja neue Klamotten bekommen oder gefunden. Ist das denn besser als das, was ich habe? Jo, das ist doch besser, ne? Dann nehmen wir das. Ach so. Linkes Bein. Ich hatte linkes, linker Arm. Rechter Arm. Lederrüstung. Hunde Halsband. Hunde Halsband. Kurze Zeug. Ja. Und alles eben. ein lederhalsband warte mal doch mit warte mal nach mit dir kann ich ja auch handeln könnte dir das was ich nicht brauche ja auch geben okay okay so was gibt es denn hier noch aha ladezeit das wird dann nach unten führen nehme ich an ganz schön spannend oh ja ist das hier ist vielleicht vorsicht geraten und was mache ich jetzt wo ist mein hund da ist es ist das kann ich das deaktivieren entschärfen kristall glaswasser optik stahl okay was ist das ist hier einer drin was haben wir denn da ich hoffe nur brandschutz was haben wir denn hier und Was? Das erkläre ich sicher nicht. Ach so, verbessert. Okay. Kommen wir denn ohne... ...ohne aus? Benötigt Terminal. Oh shit. Dogmeat, kommen wir weg da. Komm. Oh shit. Ich sehe einen Hund. Ich sehe einen Hund. Ich bin verrückt, ich schwöre es. Gott. Oberschenkel. Hey. Hey. Yes. Zeitungsständer. Komischer Zeitungsständer. So. Ich. Oh. Knochen. Handschelle. So. Keine Ahnung, ob da noch welche sind. Ähm. Habe ich, bin ich denn, ne, ein Level oder so kann ich nicht skillen. Äh. Dann. Ich hatte noch einen Hund gesehen und ich weiß nicht ob die zu zweit waren. Der hat sich ja mit jemandem unterhalten. Oh. Oh. Sehr schön. Äh. 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 Zack. Das war doch gut. Hey. Nein. So. Halsduch. Das klappt doch hervorragend. Ich bin beeindruckt. Gut. So. Gibt es denn noch mehr von denen? Bestimmt. Gut. 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 Gibt es denn noch nicht die Klamorte? Übermomentestiere. Der ist ja eine Hitze 먹어geld. Das war nämlich dann. Festimmt. Ist dann noch welche? Dann gleichzeitig der Klamorte. Hier등 die Farbe. Hier ξue cavitgчитel. Hierher diesem fün second ambient oder Coronation, sh otrofon determines der Klamorte im Manchmal enger. Die verstehe ich nicht ganz. Als ob hier jemand noch putzen möchte. Hä? Äh, niemand. Ja, sicher? Ha! Was ist das? Oh, shit. Oh, oh. Ah, shit. Oh, shit. Oh, shit. Warte, ich muss mich mal sammeln. Ich muss mich sammeln. Spürst du das? Das nennt man Angst. Spass. Yes. Kritischer Treffer. So, was ist denn jetzt? Uh. Hä? Wer jetzt? Willst du wohl Spielchen mit mir spielen, was? Nö. Ich will dich abknallen. Ach, da. Auf dem Radar wird mir ja was angezeigt. Na gut. So, und das hatte ich auch noch nicht gesehen. Wo ist er denn? Alles, Verwüstung. Äh, bin ich von da gekommen? Ich glaub schon, ne? Ne, ich bin von oben gekommen. Wieso liegen denn hier überall Leichen rum? Hä? Hier war ich doch noch gar nicht. Oh, scheiß. Oh, nein. Oh, nein. Sehr schön. Ich glaube, Dogmeat hilft ganz schön aus hier. Ähm. So. Achso, ich kann... Mein Inventar ist voll. Kann das sein? Oh, shit. Hatte ich noch gar nicht gemerkt. Komm her. Äh. Dogmeat. Come on. Ich muss mit dir handeln. Hm. Lagern. Ach ja, ich hatte ja diese Minigun. Das haut natürlich hier alles kreuz und quer. Und ich gebe dir das erstmal. Das auch. Ja. So. Ich hoffe, du kannst es tragen. Für mich. So. Weil. Ähm. Muss mal erstmal nochmal hier die Orientierung wiederfinden. Aber, ja klar. Ich bin da von oben gekommen. Und dann. Fusionskern nehmen. Oh, ja. Und dann. Achso. Kommt man da. Auf zwei Wegen hin. Über zwei Wege. Terminal. Äh. Datustatus. Offline. Offline. Datenstromstamm. Holo-Band laden. Nee. Hm. Habe ich nicht verstanden. Aber. Wir gucken jetzt uns weiter hier um. Ach, da ist ein Ziel. Ne. Aber. Aber. Was gibt es denn noch hier? Zum Beispiel. Benzinkanister. Malpinsel. Nein. So, so, so Äh, bin ich hier schon gewesen? Das sieht alles so ähnlich aus, doch, da bin ich doch schon gewesen. Und hier kam ich nicht durch. Ja, ja. Achso. Moment. Nee, muss kann ich nicht nehmen. So, dann geht es hier weiter irgendwie, oder? So, was haben wir denn noch? Überfälliges, überfälliges Buch? Wahrscheinlich habe ich mich verlesen. So, was haben wir denn noch hier? Ja, 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 hier ging es weiter. Abgenutztes Clip-Bread. Flasher. So, da, da um die Ecke kommt was. Ah. Da, wir sind am Ziel. Medaillon. Melde, blick, abonniere sie deinen Erfolg. Ist das vielleicht die Tochter? Schwer zu sagen. Na komm. So, gucken ob wir hier durch können. Nein. Noch 19. Ja. 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 Oh. Ja. 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 Sehr, sehr schön. Ja. 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 Genau. Ja. Fierce. Oh, das ist radioaktiv. Nachrichtenschlüssel. Ein sauberer Besen und eine Zeitung. Spätausgabe. Okay, ich glaube, haben wir das leer gemacht hier. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. So, dann geht es zurück zu unserem Freund. Kann ich denn eigentlich hier schnell reisen? Ach so, von hier aus nicht. Dann muss ich wahrscheinlich an die Oberfläche. Oh, hier ist ja noch was. Ich lasse doch nichts rumliegen hier. Wo kommen wir denn da hin? So, dann. Nichts wie raus hier. Kann schon viel Munition hier verbraten. Mehr als, mehr als mir eigentlich lieb ist. Na gut, das, da kommen wir nochmal drauf zurück. Denn da ist noch eine Tür, die verschlossen ist dadurch. Okay. Ja, Munition. Ich glaube, das kann man ja auch kaufen. Bei der guten Frau. Ganz schön spannend. Sorry, dass ich zwischendurch wenig rede. Aber, oh, wie sieht das hier aus? Aber, hallo. Oh, Gott. Ich reise mal schnell da hin. Ähm. Der Himmel leuchtet grün. Und alles radioverseucht. Radioaktiv. Hm. Das habe ich nicht erwartet. Ähm. Ja, und unterwegs habe ich da diese Powerrüstung gefunden. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Aber könnte ich mal machen. Ach so, nee. Ich brauche ja so ein Fusionsteil. Aber habe ich ja gefunden. Okay. Jetzt scheint irgendwie sich alles beruhigt zu haben. Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Ich bin sicher, sie wird ihre Preise senken. Nach allem, was du getan hast. Und du kannst gerne unsere Werkstatt benutzen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Cool. Den Gefallen erwidern. Abgeschlossen. die Werkbank benutzen. Heißt das, dass ich dann hier ja, ich kann ja hier alles feindern. Okay. Cool, cool, cool. Super cool. Conny. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Ja. Danke. Ähm. Wo ist denn die Conny? 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 Hallo. Blake hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel. Aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Ja, zeig mal. Das wäre super. Ähm. 38er Patronen. Ich würde gerne wissen, welche ich für meine 10 Millimeter brauche. 10 Millimeter Patronen? Hat's denn nicht, ne? gut. Und, ach ja, jetzt könnte ich mich auch hier bedienen. Okay. Ähm. Ja. So, mein Inventar. Was sagt der? Oh. Randvoll. Das heißt, ich vielleicht nehme ich mir eine. Ja. Alles in Ordnung. Dann würde ich nämlich wieder zurück. Ähm. Nach Sanctuary. Sanctuary. Ja. Ja. So. Ähm. Einmal um mein Inventar ähm. Freie zu machen. Und diese Tato Pflanze da anzubauen. Wenn es möglich ist. Fui. Ähm. Ja. Und dann. Und dann. Ach ja. Ist ja auch schon die Zeit vorbei. Wollte schon sagen. Ähm. Komm mir. Habe ich das Gefühl, dass schon lange genug war. Dann war das war das doch ziemlich ergiebig. Und ich bin echt überrascht, wie spannend das vorhin geworden ist. Ähm. Ja. Ähm. So. Genau. Timer. Dann mache ich das mache ich das gleich noch Offscreen. Wo. Ne. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hello. endlich malios sinis. reShell. HHH Ich habe mich.